vielleicht bringt uns das noch irgendwie mit voller energie mit dem feuer steht alles wieder an flammen aber auch nichts raussaugen ich bin vorbereitet so jetzt muss ich wieder feuer löschen was kriegen wir hin ein bisschen reparatur wo ist der briefkasten in den briefkasten verloren aus versehen mal verfeuert oder was gefällt mir gar nicht der briefkasten ist weg schade haben auch verbannt versuchen wir es mal hier mit voller energie das scheint hier nichts zu bringen steckt doch irgendwo was fest von der energie kommen wir auch nicht voran gestrandet hier ja also vielleicht gehen haben um die ziehen Sieht leider nicht so aus. Hallo. Steckt mal hier fest. Versuch da vorne ein bisschen lang zu kommen. Zu Fuß werden wir hier gleich ans Ende kommen und nicht mal weiter können. Tatsächlich kommen wir dann nur noch mit der Maschine weiter. Die ist wieder zurück und finden wir eine Lösung wie wir da rauskommen aus dem Tempel. Alles übrigens ohne Komplettlösung verspreche ich euch bis jetzt. Man sieht es ja, dass ich Spline spiele. Ich kenne die Lösung der Probleme nicht. Deshalb bin ich jetzt hier noch. Dann probieren. Tja was. Guck mal hier nicht irgendwie wo wir ein Seil hätten was wir dazwischen aufspannen könnten. Hm. Guck mal den Tempel irgendwie absaugen oder was hilft uns jetzt hier weiter. Stöpsel ziehen. Nett ist hier kein Comic. Gut. Wir könnten jetzt probieren bis uns die Energie ausgeht. Weiter voran zu kommen. Was anderes sehe ich hier gerade noch nicht. Dann gehen wir fest. Das bringt doch alles nichts. Das bringt doch alles nichts. Was drunter wegschieben. Hm. Ich tue es nicht blicken. Irgendwozu muss der Haken hier gut sein. Gehen wieder raus zu holen. Oha. Okay. So klappt es. Und jetzt. Versuchen wir es mal. Hm. Bring es nicht. Ah. Vielleicht hier. Ja gut. Das ist eine Idee wert. Jetzt haben wir hier eine ganze Energie verbraucht. Schön schön. Jetzt können wir durch weiter fahren. Nein. Nicht zurück. 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 Voraus. Weiter gehts. Sehr gut. Aus dem Tempel raus gekommen. Ein bisschen was verfeuern. Stuhl. Hier. Ein bisschen Energie wieder. Und weiter gehts. Feuerdampf voraus. Ich warte hier ein bisschen bis es wieder aufgeladen ist. Dann können wir hier wieder volle Möhre machen. Ja. Highspeed haben wir hier noch nicht hingekriegt. Ich warte mal bis es ganz rot ist. Vielleicht können wir dann irgendwie Vollspeed kriegen. Das wird wahrscheinlich wieder nix. Weil da kommt ein Zaun. Na komm jetzt hier. Na komm hier. Bis zum Ende. einmal ausreizen. Na. An Vollspeed kommen wir ja nicht ran. Oh. Keine Energie mehr. Ja hier. Benutzen wir mal das hier. Und das hier. Ich habe doch ein bisschen noch. So. Irgendwann müssen wir das Bett verfeuern. Das können wir wahrscheinlich nicht bewegen. Na komm. Im Winter haben wir noch keinen. Stopp. Müssen wir eh stoppen. Klonk. Energie holen. Nein. Geh geblieben. Egal warum wir gerade nicht so dringend. Wir müssen halt hier mal gerade nach vorne fahren. Nicht zurückrollen. Den Anker mal ausfahren. Die Bremse. Dann muss ich mal durchlaufen. Dann muss ich gerade mal hier durch. Durch die Mauer. praktisch darauf hängen damit was macht doch nicht so fast auf jetzt mal gucken wie würde ich diese mauer durchkommen zum mauren einreißen weiterzukommen können es mal gleich gebrauchen so wie reißen wir hier mal ein ja sie ist doch ziemlich verlassen und düster aus kinderwagen doch nicht das war soweit schon zu fuß los sollen die durch die mauer durch irgendwie müssen wir doch ruhig ja aber wie und wie knöpfe rote knöpfe rote knöpfe die wir drücken können rote knöpfe ganz genau ansonsten würde ich einfach mal das bringt nix volle fahrt voraus bringt nix ich stehe geblieben den anker aktiviert stehen geblieben stehen vielleicht müssen wir oben drüber ich wollte gerade mit der maschine ein bisschen näher ansteuern und dann über die mauer zu springen ich finde sich da oben rote knopf ne hier geblieben da steht auch ungünstig so hier mal ops auf dem ohr auf dem ohr niente mit kommen wir jetzt hier durch da muss doch auch wieder einen weg geben die sind dann das zu erqueren die energie nie zurück ist hier nicht die lösung ich blicke es gerade nicht ich blicke es gerade nicht irgendwie auf dem ohr können wir stehen aber das bringt hochklettern wird es wahrscheinlich auch nicht sein hm wie ab hier weiter so sie keine roten knöpfe oder ähnliches was uns jetzt hier weiterhelfen würde hier können wir lang zu fuß vielleicht was ausrichten hm wir gehen hier schon ganz schön lang zu fuß den weg dann wieder zurück zu nehmen hm hm können wir hier nur zu fuß weiter was bringt es was nützt es da mal einen roten knopf na sehr schön und ein bisschen energie die welche für benutzen sollen und nun eine seelbahn das ist hat sich glaube ich mit einer nahrung geschafft so hier da komm da ist noch ein roter knopf dran sehr schön der rückfahrt der rückfahrt der rückfahrt der rückfahrts schein we build our future aha da gibt es noch ein bisschen was zu gucken und jetzt raus hier das war nur unser rückfahrt ticket oder jetzt das tor wieder offen das war nur noch ein bisschen das war das 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 Linds ich muss für dich man muss man nur das tor aufmachen manchmal geht es auch einfach Wird hier eines aus dem Weg geräumt. Über den ganzen Schrotz drüber fahren. Alles platt getrampelt. Ich hab doch hier noch was hängen. Neue Energie. Da vorne hängen nur noch Zweier. Attacke. Ich schau mal was hier vor. Neue. Na komm. Steam belastet hier wieder. Nicht Steam, sondern die Dampfmaschinen. Mauer wieder am Weg. Da können wir wahrscheinlich um die hoch. Da haben wir zwei rote Knöpfe. Die roten Knöpfe sind hier wegweisend. Das Ding mitgenommen. Hier hingelegt. Hier. Aufgesaugt. Noch brauchen wir es nicht. Hängen wir es mal hier auf. Das ist doch kein Grund sich aufzuhängen. Deswegen der Rotwitzkönig. Ok. Wie kommen wir jetzt hier hoch? So kommen wir hoch. Na hoppala. Ah. Hamsterrädchen. Oh. Eine Fähre. Das ist sehr toll. Das ist sehr hübsch. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht kommen sehen. Das ist jetzt hier wieder die. Der Schiffsratsspieler. Das ist sehr toll ausgedacht. Gute Idee. Wie ein Hamster in seinem Hamsterrad. Hamsterräder sind nicht gut für Hamster. Für Hamster. Genau. Aber das wisst ihr ja alle schon. Ich drücke die gerade mal eine Taste. Die die Taste. Um hier einfach fahren zu laufen. Das ist einfach ganz entspannt hier. Kann ich nicht zurücklegen. Ein bisschen erzählen. Ja. Es gibt gerade nichts zu erzählen. Ich mache ein bisschen eine Taste drücken. So mach auf. Auf die Tür. Und weiter geht's. Voran. Maschinen an. Maschinen an und voran. Durch die abgefragten Hallen. Sieht fast aus wie eine verlassen Fabrik oder so. etwas in der Wart. Da ist ein roter Knopf. Oha. Das ist wieder mein Knopf außer Betrieb. sehr gut. Muss mal wieder Knopf drücken. Das ist ganz einfach. Hier mal rüber. Ops. Ich sehe schon. Hier geht's wieder hoch hinaus. Oha. Drei verschiedene Knöpfe. Ops. Oh bei. Okay. An die Knöpfe komme ich da gerade nicht ran. Oha. 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 Na. Boude. Und ran elders an. Acht du scheiße. Ich werde nicht reer geschraubt. Mach auf die Tür. ich würde es wieder runter gehen sie wieder eingerollt ok da kommt neue räder dran interessant räder wechseln und dran damit schön schön da öffnet sich das türchen mit dem ich wieder runter komme sehr schön und weiter geht die reise freigeschaltet und weiter geht die reise kleiner boxen stopp boxen stopp da sind boxen ich mache einen stopp hoch ach da ist mein briefkasten sehr schön wo war der die ganze zeit muss ich fest schweißen mein briefkasten auch irgendwo anhängen ich hätte mir nicht wieder verloren geht und das ist mein unfall mehr quer durch den raum geflogen schweißen und und schweißen und Untertitelung des ZDF, 2020